Fast vier Jahre ist es jetzt her, dass Niki Lauder verstorben ist. Der jahrelange Erbschaftsstreit um das Vermögen des ehemaligen Formel-1-Stars, ja der wird jetzt öffentlich ausgetragen. Birgit Lauder, die Witwe des 2019 verstorbenen Formel-1-Stars, geht rechtlich gegen dessen Privatstiftung vor. Die wichtigsten Details dazu und was auch Sie beim Erben unbedingt berücksichtigen müssen, das bespreche ich jetzt gemeinsam mit meinem heutigen Studiogast, dem Rechtsanwalt Vincent Schneider. Herzlich willkommen, danke für Ihre Zeit. Danke, dass ich hier sein darf. Sie haben täglich mit Erbrechtsangelegenheiten zu tun. Beim Geld, da hört sich bekanntlich die Freundschaft auf. Heißt so schön, Hand aufs Herz, wie oft fliegen denn die Fetzen bei Ihnen in der Kanzlei? Bei uns in der Kanzlei fliegen Sie Gott sei Dank selten, in den Familien fliegen Sie leider tatsächlich sehr oft. Also es gibt wahrscheinlich kein Rechtsgebiet, wo so viele Familien daran zerbrochen sind, wie das Erbrecht, wie Sie sagen, beim Geld, da hört sich die Freundschaft und manchmal hören sich auch die Familienbande leider Gottes auf. Das heißt, Sie würden sagen, im Großteil zerstreiten sich dann die Familien auch? Wie ist da Ihre Erfahrung einfach? Also Großteil ist zu viel gesagt, Sie landen halt meistens erst bei uns, wenn ein Streit schwelt und wenn Sie tatsächlich zerstritten sind. Und wir haben leider wirklich schon viele Familien gesehen, die hier zerbrochen sind, wo Geschwister nicht mehr miteinander sprechen, wo Eltern mit Kindern nicht mehr sprechen. Die verschiedensten, skurrilsten Konstellationen gibt es da. Es kann unlustig sein, kann tatsächlich unlustig sein. Ja, Erben scheint eben, wie Sie sagen, ein unlustiges Thema zu sein. Man hat das auch gesehen jetzt bei Niki Lauda, bei diesem Erbschaftsstreit. Da meine Frage gleich, wie wäre denn die Erbschaft jetzt ohne Testament und die Privatstiftung, die es ja gibt, aufgeteilt worden? Das ist leicht zu beantworten. Wenn es eine Ehefrau gibt und Kinder, dann kriegt die Ehefrau ein Drittel des Vermögens und die Kinder teilen sich zwei Drittel auf. Es gibt hier fünf Kinder, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich möchte betonen an dieser Stelle kein Insider-Wissen, sondern ich weiß nur das bisschen, was durch die Medien gegangen ist. Wenn es fünf Kinder sind, bleibt dann also für jedes Kind zwei Fünfzehntel. Wenn es jetzt aber eigentlich eh so klar aufgeteilt ist, warum streitet man dann eigentlich gerade? Wo gibt es da überhaupt noch Grund, wo man etwas herausholen möchte? Also beim Niki Lauda ist es grundsätzlich anders. Der hat, entnehme ich, den Medien ein Testament, wo er offenbar seine zwei älteren Söhne eingesetzt hat. Und er hat außerdem eine Privatstiftung gegründet, die er sehr ordentlich dotiert haben dürfte. Es ist von 100 Millionen Euro die Rede. Also da geht sich schon ein schönes Wochenende aus drum. Und daher ist eben nicht alles in der Verlassenschaft und es wird auch nicht so aufgeteilt, wie es nach dem Gesetz wäre. Tatsächlich ist es so, wenn man die zwei Söhne als Erben eingesetzt hat und nichts anderes verfügt hat, dass dann die anderen Kinder und die Ehefrau auf ihre Pflicht als Ansprüche verwiesen sind. Jetzt haben wir über diese Privatstiftung gesprochen. Was genau ist eine Privatstiftung überhaupt und warum errichtet man so eine? Eine Privatstiftung, das ist ein bisschen ein abstraktes juristisches Konzept. Man kann sich es vorstellen wie einen großen Topf, wo jemand viel Geld oder anderes Vermögen reingebt. Können Gesellschaftsanteile sein, können Immobilien sein. Und das Interessante an dem Topf ist, der gehört da niemanden mehr. Der gehört auch dem Stifter nicht mehr. Das ist oft ein Umstand, der den Stiftern gar nicht so bewusst ist. Die haben dann gar nicht mehr so die Hand drauf, wie sie glauben. Sondern es gibt dann in der Regel drei Vorstandsmitglieder, die über dieses Stiftungsvermögen verfügen können. Und was der Stifter natürlich schon tut, er kann seine Wünsche deponieren oder deponiert sie, die sind auch verbindlich, für den Vorstand, was mit diesem Vermögen zu geschehen hat. In der Praxis ist es so, dass die Stifter sich davon versprechen, dass ihr eigener Wille in die Zukunft fortwirkt. Sie selber sind tot, aber es gibt noch dieses Vermögen und sie haben gesagt, was damit passieren soll. Tatsächlich ist es dann oft so, dass der erste Vorstand meistens noch vom Stifter eingesetzt ist. Da klappt das noch ganz gut, wenn man ein Glück hat. Irgendwann einmal scheiden die auch aus. Irgendwann können die nicht mehr, wollen sie nicht mehr. Irgendwann setzt sich der Stiftungsvorstand ganz anders zusammen. Und dann ist auch das ein riesiges Konfliktpotenzial, wenn man das Gefühl hat, das, was der Stifter eigentlich wollte, wird durch den Vorstand nicht mehr umgesetzt. Oder vielleicht sind auch die Vorstellungen der Begünstigten, also hier der Kinder, der Ehefrau, andere als die des Vorstands. Das heißt, salopp gesagt, ich könnte jetzt einfach sagen, ich gebe mein gesamtes Vermögen in eine Privatstiftung oder einen großen Teil und kann somit eigentlich die Pflichterben außen vor lassen. Nein. Es ist so, dass alles, was Sie unentgeltlich hergeben zu Lebzeiten, für die Pflichtteilsbemessung noch eine Rolle spielen kann. Alles, was Sie pflichtteilsberechtigten Kindern oder der Ehefrau geschenkt haben, unbeschränkt. Alles, was Sie der Stiftung gegeben haben, zwei Jahre, nachdem Sie es endgültig der Stiftung gegeben haben. Das heißt, man tut für die Pflichtteilsansprüche so, als ob das Vermögen noch in der Verlassenschaft wäre, obwohl es längst weg ist, rechnet von diesem dann größeren Topf die Pflichtteilsansprüche aus und so werden die Pflichtteilsansprüche bemessen. Bei der Privatstiftung sind es aber eben tatsächlich nur zwei Jahre. Das heißt, wenn der Niki Lauder, weiß ich nicht, vor mehr als zwei Jahren das Geld oder das Vermögen in die Privatstiftung gegeben hat, dann spielt das insofern keine Rolle mehr. Dann spielt es aber wieder über den Umweg eine Rolle, dass pflichtteilsberechtigte Kinder aus diesem Topf was bekommen und das sind dann wieder Zuwendungen, die zu berechnen sind. In der Praxis wahnsinnig schwierig, stellen sich schwierige Bewertungsfragen. Wie bewertet man einen Anspruch auf Begünstigter der Privatstiftung, wo gar nicht klar ist, wie viel man kriegt, wann man es kriegt und so weiter. Frau Lauder, soll aus dieser Privatstiftung auch nichts mehr bekommen, sollte sie noch einmal heiraten. Das ist also dann eigentlich rechtlich auch total okay. Das ist okay, das kann man so regeln. Mich erinnert es ein bisschen an die Kulturen, wo die Ehefrauen dann mit ihren verstorbenen Ehemännern begraben wurden, lebend, damit sie sich nicht mehr freuen können am Leben. Also ich teile es in der Sache nicht, aber rechtlich möglich ist es. Ein Vertreter der Privatstiftung wirft Frau Lauder aber auch vor, dass sie sich rechtswidrig Kunstbilder angeeignet hat, die eigentlich ja in die Verlassenschaft gehört hätten. Sie soll deshalb erbunwürdig sein, heißt es. Was bedeutet das konkret? Es ist so, dass wenn sie Straftaten begangen haben gegen den Erblas, also das wäre hier der Herr Lauder, oder gegen die Verlassenschaft, und das ist in der Praxis oft das Gefährlichere, dass sie vom Erbrecht komplett ausgeschlossen werden können. Und genau das wird hier behauptet, hier wird behauptet, Frau Lauder hätte das untechnisch gesagt gestohlen, wahrscheinlich unterschlagen, ich weiß es nicht. Ihre Version ist, glaube ich, wenn ich es den Medien richtig entnommen habe, dass sie es geschenkt bekommen hat. Ich weiß es nicht. Sollte sich herausstellen, dass das wirklich eine solche Straftat ist, dann ist sie vollständig ausgeschlossen vom Erbrecht und kriegt überhaupt nichts mehr. Hat auch keine Pflicht als Ansprüche mehr. Eine regelrechte Schlammschlacht eigentlich in diesem Erbstreit von Niki Lauder. Kommen wir weg von diesem Fall und blicken wir auf allgemein dieses Thema. Empfehlen Sie jedem und jeder ein Testament? So kann man es nicht sagen. Ich glaube, der erste Schritt, den jeder tun sollte, ist sich einmal überlegen, was passiert denn nach meinem Tod, wenn ich kein Testament habe. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, das Ergebnis ist eigentlich genau das, das ich haben will, dann brauchen Sie nichts tun. Wie ich vorher gesagt habe, Ehefrau kriegt üblicherweise ein Drittel, die Kinder teilen sich zwei Drittel auf. Selbst dann kann es aber sinnvoll sein, ein Testament zu errichten, nämlich um das Vermögen zu verteilen. Wenn Sie nichts sagen, dann gehört, wenn Sie zum Beispiel zwei Kinder haben, eine Ehefrau, gehört allen alles zu einem Drittel. Dann können die sich schon einigen im Verlassenschaftsverfahren, wie sie es aufteilen wollen. Manchmal gelingt das nicht. Es ist dann auch nicht ganz leicht, eine Gleichbehandlung herzustellen. Deswegen kann es schon sinnvoll sein, selbst wenn Sie das Ergebnis von der Aufteilung so wollen, dass Sie sagen, wer soll was bekommen. Das können Sie machen. Und wenn Sie etwas wollen, Entschuldigung, wollen Sie? Nein, bitte. Und wenn Sie ein Ergebnis erreichen wollen, das widerspricht dem, was dem Gesetz entspreche, na dann brauchen Sie unbedingt ein Testament. Und das wichtigste Beispiel, und das ist ganz vielen Leuten nicht bewusst, sind Lebensgefährten. Man hat das Gefühl, weil Lebensgefährten in so vielen Bereichen der Ehe schon gleichgestellt sind, dass das überall so ist, das ist im Erbrecht gerade nicht so. Sie kriegen als Lebensgefährte gar nichts, wenn es Kinder gibt, aus einer anderen Ehe vielleicht, oder aus einer früheren Beziehung, oder noch eine Ehefrau, das wäre dann auch pikant, aber Sie bekommen jedenfalls gar nichts. Sie stehen von heute auf morgen ohne irgendwas da. Wir haben da einen ganz tragischen Fall gehabt vor zwei, drei Wochen, wo eine Dame angerufen hat in der Kanzlei, wir kriegen viele so Erstgespräche jetzt, die hat angerufen, die hat gesagt, vor einer halben Stunde ist ein Lebensgefährte gestorben, der hat kein Testament gehabt, wie geht es jetzt weiter für Sie? Ganz brutale, furchtbare Situationen. Also wenn Sie in einer Lebensgemeinschaft leben, unverheiratet sind, vielleicht auch der sind, der auf den anderen angewiesen ist, dann nehmen Sie sich einmal ein Herz und sprechen Sie die Situation an. Das heißt, gilt das auch für eingetragene Partnerschaften, dass man hier nicht erbberechtigt ist? Nein, eingetragene Partnerschaften sind gleichgestellter Ehe. Gut. Jetzt haben wir von diesen Pflichtanteilen gesprochen, die es ja so oder so gibt. Also man braucht eigentlich kein Testament, wenn ich damit einverstanden bin, quasi alles gut. Wenn jetzt aber ein Testament da ist, entkräftet das diese Pflichtanteile? Nein. Der Pflichtteil ist das, was die nach dem Gesetz erbberechtigten Kinder und der Ehegatte auf jeden Fall bekommen müssen. Das ist einfach eine rechtspolitische Entscheidung des Gesetzgebers, dass er gesagt hat, das nahe Verhältnis zu Kindern und auch zum Ehegarten ist so groß, die sollen auf jeden Fall irgendwas bekommen. Also es soll nicht möglich sein, die ohne weiteres Gans zu enterben und es dem Tierschutzverein oder irgendeinem Gans Dritten zu geben. Und in der Regel ist es einfach die Hälfte von dem, was man nach dem Gesetz bekommen würde. Also die Ehefrau, die ein Drittel bekommt nach dem Gesetz, hat einen Pflichtteil von einem Sechstel. Ein einziges Kind zum Beispiel, neben einer Ehefrau hätte zwei Drittel, hat dann ein Pflichtteil, ein Drittel. Also es ist eh ganz schön viel und ganz schön wenig, worüber man dann frei verfügen kann als Erblasser. Das heißt, es gibt unter keinen Umständen eigentlich die Möglichkeit, sich jetzt von einem Pflichterben zu trennen. Ich nehme jetzt ein konkretes Beispiel. Ich bin mit meinem Sohn auf absoluten Kriegsfuß, weil, ich weiß es nicht, der hat ganz schlimme Dinge getan. Es gibt gar keine Umstände, unter denen ich den enterben könnte? Es gibt verschiedene Institute, wo Sie es einerseits mindern können oder vielleicht auch ganz ausschließen können. Mindern können Sie es als Elternteil, wenn Sie zu einem Kind nie einen Kontakt gehabt haben, wie das zwischen Eltern und Kind möglich ist und es nicht Ihre Schuld ist. Sie können auch dann mindern, und zwar jeweils auf die Hälfte, habe ich jetzt vorher nicht dazu gesagt, glaube ich, wenn Sie, der UGH hat das letztens klargestellt, seit circa 20 Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt haben zu einem Kind, wie das zwischen Eltern und Kindern üblich ist. Also da können Sie jeweils auf die Hälfte noch einmal reduzieren. Das heißt, das Einzelkind hätte dann statt einem Drittel nur noch ein Sechstelanspruch, müssen Sie aber anordnen im Testament. Das ergibt sich nicht von selbst. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des echten Enterbens. Das können Sie unter engen Voraussetzungen, das können Sie, wenn eine Straftat gegen Sie begangen wurde oder gegen nahe Angehörige. Das können Sie dann tun, wenn der potenzielle Erbe verurteilt wurde zu einer sehr hohen Haftstrafe. Also da muss aber schon wen umgebracht haben, dass das hinhaut. Und dann vielleicht in der Praxis, interessant, das spielt ein bisschen in Ihre Richtung, wenn Sie Ihre familienrechtlichen Pflichten gröblich vernachlässigt haben. Also wenn Sie todkrank liegen, sich sehnlichst wünschen, dass Ihr Kind Sie noch einmal besucht und der geht lieber golfen als zu Ihnen zu kommen, das wäre so ein Fall, wo Sie unter Umständen tatsächlich ihn vollständig enterben können und der dann gar nichts bekommt. Stelle ich mir aber da noch schwierig vor, weil wie kann man das beweisen, zum Beispiel eben, dass man lieber Golf spielen gegangen ist, um Ihr Beispiel aufzugreifen? Ja, das haben Sie in der Juristerei, dass Sie einerseits die Theorie haben und dann andererseits die Praxis, wo man sich fragt, naja, wie kann man das beweisen? Man muss es ja nicht zu 100 Prozent beweisen, man muss es so beweisen, dass es am Ende der Richter glaubt, für den reicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit und in der Regel gibt es dann schon Indizien. Wenn Sie im Krankenhaus gelegen sind, können Sie vielleicht drei Krankenpfleger als Zeugen benennen, die sagen, ja, die hat geweint am Telefon, wollte unbedingt, dass die Tochter sie noch einmal besucht und die hat aber abgelehnt. Ich weiß nicht, es gibt dann schon die Möglichkeiten in der Regel. Jetzt haben wir viel über das Testament gesprochen, kommen wir ganz konkret auch dazu, wie errichtet man überhaupt ein Testament, wen oder was brauche ich dafür? Sie brauchen zunächst einmal nicht sehr viel, also das eigenhändige Testament kann jeder zu Hause machen, da gibt es keine besonderen Formeln, die Sie verwenden müssen, da gibt es kein besonderes einschlägiges Wissen, das Sie haben müssen, es muss deutlich hervorgehen, dass es Ihr letzter Wille ist, etwa in dem drüber steht letzter Wille oder Testament oder für den Fall meines Todes wünsche ich mir, dann sagen Sie, was Sie sich alles wünschen und unterschreiben es. Sie müssen es komplett eigenhändig schreiben, also der ganze Text muss in Ihrer Handschrift verfasst sein und es muss eigenhändig unterschrieben sein. Es muss nicht einmal datiert sein vom Gesetz, aber es empfiehlt sich natürlich, weil wenn es mehrere Testamente gibt, ist uns immer die Frage, welches war jetzt wirklich der letzte Wille, der dann auch gelten soll. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt das sogenannte fremdhändige Testament, also das ist am Computer geschrieben in der Regel, das ist das, dass ein Rechtsanwalt, ein Notar, normales für Sie machen würde, das können Sie theoretisch auch zu Hause selber machen mit drei Zeugen, würde ich aber eher die Finger davon lassen, weil es da einige Formalitäten gibt, wo man leicht durcheinander kommt oder das vielleicht falsch macht. Und das Brutale bei den Testamenten ist, auch wenn allen klar ist, das ist genau das, was sie sich gewünscht haben für ihren Tod, wenn sie es nicht in der gesetzlich vorgesehenen Form gemacht haben, dann ist es nichts wert. Jetzt hört man auch immer wieder von so Fällen, dass es zum Beispiel ein Testament gibt und dann bei der Erbaufteilung taucht auch auf einmal eben so ein handgeschriebener Wisch auf, sage ich jetzt einmal, wo angeblich die Verstorbene der Verstorbene unterschrieben hat. Was passiert dann? Welches Testament gilt? Weil man kann ja schwer nachweisen, ob das jetzt wirklich von dieser Person stammt, oder? Also wenn Sie mit angeblich auf die Frage anspielen, ob es eben von der Person stammt, dann sind wir wieder bei einem Beweisthema. Wenn es ein neueres Testament ist und das wirklich mit dem Willen verfasst wurde, die Erbfolge neu zu regeln, dann ist es im Grunde völlig egal, wie es ausschaut. Dann kann es auf einer Serviette im Lokal nach drei Bier geschrieben worden sein, also solange man noch testierfähig ist, viel mehr als drei Bier dürfen es wahrscheinlich nicht sein. Dann ist es einfach als neueres Testament mehr wert als das alte Testament. Wenn es Zweifel gibt, ob es das echte Testament ist oder ob es ein echtes Testament ist, dann muss es das Gericht klären. Das heißt, wie oft kommt sowas denn vor, dass man jetzt sagt, ich stelle mir das jetzt so vor, man streitet, wir haben es schon angesprochen, es ist leider ein Streitthema und da kommt jetzt vielleicht einer auf die Idee, meine Mutter ist verstorben, jetzt schreibe ich schnell noch etwas auf einen Settel und sage, das war Ihr letzter Wille. Also so ein plump gefälschtes Testament habe ich in meiner Praxis noch nicht gesehen. Was wir eher sehen und was wir auch eigentlich viel sehen, ist, dass es relativ späte Testamente gibt, wo schon klar ist, das ist von dem, wo aber genau die Frage ist, war die Person noch testierfähig. Das passiert wahnsinnig oft, also man liest das immer wieder und es kommt wirklich oft vor, auch in unserer Praxis, dass im letzten Moment vielleicht noch Pfleger eingesetzt werden oder dass jemand, der sich gekümmert hat, um die dann vielleicht schon alternd gebrechliche Person, der mal einen Zettel untergejubelt hat und gesagt hat, schreibe mir das einmal da schnell hin, das bedeutet nicht besonders viel, die wissen vielleicht gar nicht mehr, worum es geht und dann muss tatsächlich darum gestritten werden, ist dieses Testament noch wirksam errichtet worden. Jetzt haben wir die ganze Zeit angenommen, dass es sich beim Erbe und Vermögenswerte im Plus handelt, also um etwas, das quasi noch da ist. Es besteht schon auch die Möglichkeit, Schulden zu erben, oder? Es besteht die Möglichkeit, Schulden zu erben. Die Erbschaft ist eine Gesamtrechtsnachfolge und wenn Sie das Erbe antreten, aber das ist ein bisschen die Lösung zu Ihrer Frage schon, dann erben Sie die Schulden genauso wie die aktiver. Das heißt, wenn Sie wissen, die Erbschaft ist überschuldet, dann werden Sie es in der Regel ausschlagen. Ich habe auch schon erlebt, dass wissentlich eine überschuldete Verlassenschaft trotzdem angetreten wurde, weil man nicht wollte, Anton dem Verstorbenen, das dann in der Zeitung steht, dass ein Verlassenschaftskonkurs stattfindet. Die haben dann tatsächlich aus Ihrem Privatvermögen aufgefüllt, das, was gefehlt hat. Ein bisschen das Gefährliche bei der Sache ist, Sie wissen es oft nicht so ganz genau. Sie erben ja nicht nur die Schulden, von denen Sie wissen und im Verlassenschaftsverfahren hervorgekommen sind, sondern Sie erben auch die Spielschulden, die möglicherweise bestehen, also irgendeine Haftung, wenn es ein Rechtsanwalt ist, hat er vielleicht eine Haftung gebaut in seinem Beruf, von denen Sie noch nichts wissen, die vielleicht auch noch gar nicht hervorgekommen sind. Da gibt es die Möglichkeit, im Verlassenschaftsverfahren eine sogenannte bedingte Erbantrittserklärung abzugeben und die führt dazu, dass Sie zwar auch für alle Schulden haften, die da waren, aber nur bis zu dem Wert von dem, was Sie auch bekommen haben. Das heißt, könnte ich, wenn jetzt zum Beispiel wirklich nur Schulden da sind und sich das gar nicht aufwiegen lässt, mit den Pluswerten sozusagen, mit den Vermögenswerten, kann ich dann als Kind jetzt beispielsweise auf mein Erbe verzichten? Genau, also Sie brauchen gar nicht verzichten, sondern Sie treten die Erbschaft nicht an, Sie sagen, Sie wollen es nicht, Sie wollen nichts damit zu tun haben und damit hat es sich erledigt. Und wenn jemand anderer sie will, und das ist anzunehmen, wenn alle wissen, dass sie überschuldet ist, dann kommt es unter Umständen zu einem Verlassenschaftskonkurs. Das heißt, man weiß das schon vorher. Also ich habe oftmals irgendwie so salopp aufgeschnappt, dass man das Erbe sich entscheiden muss, trete ich es an oder trete ich es nicht an und erst dann erfährt man, was da jetzt eigentlich Sache ist. Es ist Teil des Verlassenschaftsverfahrens, dass das Vermögen aufgestellt wird. Vermögen bedeutet in diesem Fall auch Passiv, also auch Schulden. Das heißt, Sie wissen in der Regel das, was offensichtlich ist, bevor Sie die Erbantrittserklärung abgeben. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es Schulden gibt, von denen niemand weiß. Es kann sein, dass Haftungen hervorkommen, von denen noch niemand wusste. Und in diesen Fällen kann es Ihnen tatsächlich passieren, dass Sie eine Erbantrittserklärung bereits abgegeben haben und dann plötzlich Schulden hervorkommen. Wenn Sie eine unbedingte Erbantrittserklärung abgegeben haben, dann haften Sie tatsächlich mit Ihrem gesamten Privatvermögen für diese Schulden. Kommen wir zum Abschluss. Wir haben leider nur mehr eine Minute noch zu einem Ihrer skurrilsten Fälle, an die Sie sich erinnern können. An was denken Sie da? Ja, auch vor relativ kurzem. Wir haben darüber gesprochen, dass man Pflichtteilsansprüche ja nur schwer mindern kann. Das war eine verkrachte Vater-Sohn-Beziehung, wo der Vater mit dem Sohn nichts mehr zu tun haben wollte, aber für eine Enterbung hat es keinen Anlass gegeben. Und auch für eine Pflichtteilsminderung nicht, also nicht einmal auf die Hälfte. Und die Lösung, die der Vater gewählt hat, der hat Kinder adoptiert. Der hat tatsächlich fünf Kinder adoptiert, die zwar von seiner Lebensgefährtin waren, aber er hat sie ausschließlich adoptiert aus dem erklärten Willen, den Pflichtteil seines leiblichen Sohnes zu mindern. Und das ist dann zulässig, nehme ich an. Das ist zulässig. Also wenn die rechtmäßig adoptiert wurden, haben die natürlich auch eigene Pflichtteilsansprüche und dadurch mindern sich die Pflichtteilsansprüche des leiblichen Sohnes. Nicht schlecht. Ja, beim Geld hört sich dann wirklich die Freundschaft auf. Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise. Dankeschön.